Ja, Leute, heute gibt es ja was ganz Besonderes und zwar wieder ein Duell, aber kein Anime-Duell, sondern ein Oldschool-Duell. Heute mit Jump. Hallo. Ja, und natürlich, Oldschool heißt wieder, wir haben richtig geile Decks. Wir haben hier auf der einen Seite Monarch und auf der anderen Seite? Äh, Phoenix von Nephthys. Also, wenn das nicht Reden holst, das ist wirklich nice. Monarch habe ich sowieso eine sehr enge Verbindung. Aber wie immer natürlich ist das ja ein Best of Three. Bedeutet also, wir werden jetzt zwar ein paar Duelle machen, eins oder zwei, aber das dritte oder die anderen zwei, je nachdem halt, kommen eben bei CK Phoenix auf seinen Kanal. Von daher schaut auf jeden Fall unbedingt vorbei am Ende und dann würde ich sagen, rein ins Duell. Let's go. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe ein paar zu viele. Aha, da fängt er so an. Sechs, okay. Okay, weiß nicht. Äh, ja, ich würde sagen, ich spiele eine Karte verdeckt. Das ist aber ein krasser Subisher. Und dann bist du. Oh, 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 oh. Du, mach mir keine Angst, denn ich habe Breaker. Oh, okay. Ja, schau. Chain, Sündenbock. Okay, I mean, it's fair. Boom, 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 boom. Oh, ja, okay. Den gelben. Ja. Den magst du nicht, aber warte mal, Sündenbock geht aber auf den Primo. Einfach Bettenspeilen. Und du bist dran. Ich ziehe, oh. Okay. Ähm, erstmal. Normal Summon. Aber ich kann Prio machen. Ja, warte, dann hast du recht. Ja, schalte. Prio. Ja, ist okay. Ja, warte, dann... Welches so heißen Attribut darf die machen? Ja, nee, warte, dann... Nee, ist okay. Ach, Mann, ich krieg doch wieder diesen Phönix. Was ist eigentlich los? Aus dem Deck? Aus dem Deck, ja! Das kann die Garte, die geht nur von der Hand. Deswegen hab ich extra erst das gemacht und jetzt mach ich das. Fair. Okay, ähm... Ja, dann werfen wir mal das ab. Los mit dir! Was machst du mit der Hand, bitte? Und das. Du hast aber ganz schön dicke Karten in der Hand. Jetzt hätte ich gerne mal so eine Kartenzerstörung oder so. Ähm... Ich würd sagen, ich greif mal an. Warum gibt es wie Prio? Können wir nicht ohne spielen? Ja, dann Main 2. Ja. Bitteschön. Digga. Bitteschön. Digga. Ne, gut, dann machen wir jetzt was neu. Das tut ganz gleich so lange. Wie viele Karten hast du in der Hand? Vier. Oh, wie greedy. Mach das. Okay. 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 Ich glaub, es geht gut, dass du nachgezogen. Okay. Fair. Und... Ich hab das Gefühl, Saku ist komplett nutzlos. Irgendwie schon, ne? Okay. So, hier. Dann mach mal dein Judgment. Ja. Ja. Dann aktivieren wir jetzt einfach die... Ah, ich muss noch 800 zahlen. Das sind Blätter kosten. Dann aktivieren wir als nächstes... Ähm... Das hier? Du hast schon Angst im Zweiter. Du. Okay. Ich zieh. Und, äh... Schöne Karte. Donner dran. Ey, was geht denn los bei dir wieder? Ja. Ups. Oh, nein. Don't. Bls oder Chaos. Aber... Oh, ne. Hallo, chill. Ruhig, ne? Ich würd save spielen erstmal. Also, einfach ganz langsam jetzt. Einfach Battle Phase wär okay. Da sag ich auch nix. Vor der Battle Phase mach ich noch was. Okay. Was denn? Und zwar... Knock. Ne, es muss sein. Was? Als ob du noch eins hast. Ach komm, Junge. Warum denn diesen, Alter? Ja, dann wird das einfach... Ja, aber du hast auch einen, oder? Ich hab auch, ja. Ich bin auf drei. Seid ich auf zwei? Nein, nein. Die ist auf drei. Die spielen nur alle nur zweimal. Äh, okay. Schon mal einfach. Nein, du darfst sie dreimal spielen. Versteh eh nicht, warum man sie nur zweimal spielt, wenn du Top-Grey's snatchst. Eigentlich mehr so. Ich find's so gut, dass das Spiel gerade wieder läuft. Gefällt mir grad voll unter meinen... Aber du hast nur zwei Tage Lesung. I mean... Ja, Magischer Zylinder? Wer Game, ne? Ja, ich greife. Magischer Zylinder? Wünsch dir, ich würde die Katte haben. Ja, komm. Ja, mit dem Buch. Erma kommt die Wunderschöne zurück. Mhm. Aber jetzt so tausendäugiges Opfer, das ist ja schon. Ja, find ich auch. Du. Lern dir nicht, dass ich lange will. Noch hab ich genug Antworten, dass ich nicht mischen muss. Das ist ja... Okay, das ist interessant. Ich überlege kurz, was ich nehme. Äh... Duftigen hier! Ich überlege kurz, was ich nehme. Äh... 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 Ja, ne. Leider hab ich... nicht... Schlange gesetzt. Ich dachte, du kommst da... Wie warst du denn? Ein Spy! Ja, sei ruhig dahinten. Hahaha! Ja, der Katte Wulti darin. Ja, ja. Ich ziehe drei wunderschöne Karten. Und ich werfe zwei wunderschöne Karten ab. Das ist so gut. Warum? Wieso nicht? Breaker. Ja. Wow, der hat noch seinen Counter. 1900 direkt. Ja, ist okay. Dann... Machen wir. Mist. Es war schön mit dir. Nein. Warum kommt denn da noch sowas? Ich bin ein Monarchenspieler würdig. Warte, 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 warte. Wenn du schon... Okay, wenn du schon sagst Monarchen, dann mach ich sogar Tribute Summonen. Oh, nee. Ja, Leute. Das war ja mal was Spannendes auf jeden Fall. Aber natürlich ist das Ganze ein Best of Three. Bedeutet, wenn ihr wissen wollt, wer das Match gewonnen hat, geht mal rüber zum guten CK wie gesagt. Und für mich natürlich bleibt nichts anderes, um hier zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim... Du elde. MmmhhhN Mmmh sweetie